Ja, auf jeden Fall, jetzt schon die Top-Fahrer hier vorbei. Richtig. Ja, richtig. Ganz, nee, vorne, also ganz vorne, heute. Rechts, 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 was volles, vorab. Ja, gleich sechs, hier, wenn wir auf jeden Fall, jetzt nicht schlecht. Ja, und probieren, die, wenn wir. Hm, 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 hm. Ja, jetzt muss man sich mit dem Schwarz noch wieder rein. Ja, jetzt war es ja, das ist ja richtig, ich muss nicht. Ja, und auch, das ist wieder ein bisschen, ich muss nicht. Der Poli ist ja lange nicht zu spüren, wo ich immer... Ich muss nicht sagen, ich muss nicht zu spüren, ich muss nicht zu spüren, ich muss nicht zu spüren. Ja, da wird man rausgekretzt. Ja, der Poli ist ja außer, an der Vorrappe keine Vor Ein Ding in der L-Aufendsee und die Sonne. Und hier am Hofstatt nicht da ist. Also auf jeden Fall. Kommt von der L-Aufendsee. Ein Auto. Leider von Kinti ja auch. Der ist die 6.0. Und sich da geläubt, ein Baum ist ein Auto. Ich hab eben von seiner Kugel. Die Strecke ist in der Strecke. Die Strecke ist in der Strecke. Die Strecke ist in der Strecke. Auch so ein kleines Highlight ist die 600.6. Und da sitzt am Steuer die Strecke noch ein Sack. Untertitelung im Auftrag des ZDF Aber der geht, was? Der überrundet auch gleich. 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 Der überrundet auch gleich.